hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch grüßen ich freue mich natürlich sehr dass ihr am start seid hier auf diesem tollen kanal ja so heute abend gibt es die pbe patch und damit fangen wir mal wieder an für alle die sich fragen wie sieht das hier bei mir aus was ist los warum weshalb ich bin jetzt umgezogen in eine banane deswegen ist es auch ein gelber hintergrund hier da mich natürlich auch sehr viele leute immer wieder fragen warum ich umziehe erkläre ich das mal ganz kurz beziehungsweise umgezogen bin ja ich war damals wegen meiner ex freundin oben im norden das ganze hat sich jetzt erledigt und deswegen bin ich jetzt quasi wieder in NRW da wo ich quasi herkomme damit werden die fragen ja abgearbeitet und deswegen kommen wir zu den pbe patch notes hier ist nämlich tatsächlich einiges los hier ist tatsächlich einiges los und wir wollen uns das ganze mal anschauen denn als erstes haben wir set set ist natürlich nur auf dem pbe drauf ich habe ihn schon gespielt ist ein sehr sehr einfacher sehr ja also er kann schon stark sein aber auch sehr immobiler champion muss man tatsächlich sagen aber wer sich dafür interessiert der kann natürlich mein video anschauen es gibt natürlich auch neue skins es sind die mecha kingdom skins der mecha kingdom set sieht irgendwie komplett beschissen aus wenn ich ehrlich bin ich habe ihn einmal gespielt und das war komplett horrible dann gibt es noch dragon slayer diana sieht sehr sehr cool aus tatsächlich jetzt auch mit dem rework dragon slayer olaf ist bestimmt auch ganz nett aber findet die äxte irgendwie ja ein bisschen harsch wir wollen jetzt aber auch nicht alles wobei war das talon ne schade sag kurz aus silas sag kurz hier aus dem bild aus wie talon ähm ist leider kein talon was noch interessant ist ist auf jeden fall der mecha kingdom garen und jax die sind sehr sehr cool es gibt dann auch noch draven hier haben wir garen und irgendwo kommt hier noch jax das ist jax die sehen wirklich wirklich cool aus aber und leona damit wollen wir uns jetzt nicht befassen mit skins guckt euch das an wie viel das ist skins chromas alles oh mein gott wie viel holy fucking shit icons bilder tft wir noch mehr icons noch mehr pets für tft holy shit guckt euch das ganze krasse an hier ist noch was interessantes und zwar werden die wie nennt man sie fvx die visual keine ahnung wird geupdatet und zwar sieht das ganze auf jeden fall deutlich cooler aus muss man sagen bei thrash also da ist natürlich die frage ob es dadurch auch sichtbarer ist also besser hier zum beispiel beim flay sieht man sehr sehr gut den rahmen so gehen wir durch weiter 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 hier werden wir angekommen der erste champion ist aurelion soul aurelion soul ist natürlich ein bisschen ein schwieriges kind muss man tatsächlich sagen denn ja er wurde quasi ein bisschen gereworkt er ist jetzt deutlich stärker im early game im late game vielleicht nicht mehr ganz so stark das heißt er hat mehr impact gerade im mid game early game aber viele aurelion mains mögen das tatsächlich nicht dennoch war ich der meinung dass es wirklich sehr sehr stark war weil seine stärke ist ja das early und mid game und da hat er auch wirklich wirklich viel power und deswegen wird auch etwas reduziert das heißt im early game sind seine sterne etwas schwächer aber ja das ist jetzt nicht insane krass aber es ist schon ein nerf muss man tatsächlich sagen weil gerade in den ersten zwei drei waves benutzt er sehr sehr massiv seine sterne um auch die waves rein zu pushen was ja seine stärke ist das wird angegangen ist natürlich harsch asia das als ich das gesehen habe hat mich richtig gefreut denn asia ist ja mein kleines kind irgendwie auch wenn ich ihn überhaupt nicht mehr spiele ist also quasi ja ich habe das kind abgegeben sagen wir es so aber ich wäre bereit es wieder abzuholen irgendwann ja die wall duration wird auf fünf erhöht das ist cool das ist gerade in teamfight sehr sehr geil wenn die wall zum zonen benutzt wird und auch der damage wird um 25 pro stufe angehoben der schaden der wall ist super super kacke und selbst 175 ja das ist okay ist aber immer noch sehr sehr wenig was ich mir gewünscht hätte für asia dieses oder nicht rework dieses ja dieser buff hilft ihm natürlich auf jeden fall auch wenn er nicht so insane ist ich hätte mir auf jeden fall was anderes gewünscht weil irgendwann kommt noch was was er wirklich braucht und zusammen mit diesem buff ist es wahrscheinlich dann zu viel und dann muss er wieder genervt werden das heißt lieber hierauf verzichten und was anderes kriegen aber ja ich würde sagen warten wir das ganze mal ab ich am liebsten hätte diese magische wall wieder aber die magische wall hat einfach zu viele Bugs erzeugt aber die war wirklich wirklich cool ja korki wird auch gebraucht er macht jetzt 20 mehr schaden mit seiner missile barrage 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 ist auf jeden fall cool vor allem pro rakete ne das leppert sich jace macht damage mehr damage gerade im late game 25 mehr damage ist auf jeden fall cool im early game gleich kallister wird etwas gebraucht jetzt kann man es natürlich machen wo die worlds vorbei sind kann natürlich kallister mal wieder ein bisschen Liebe geben kassadin ist aktuell auch so ein ding der immer wieder genervt wird ich meine sind wir ganz ehrlich 340 move and speed ist auch wirklich verdammt viel warum hat er das recht wo steht dass er das recht haben darf 340 move and speed also 340 das ist wirklich assassin meter klar ja eigentlich ist das schon assassin aber irgendwie ja er ist ein assassin der ins late games geht wo gibt es denn das außer bei penny und bei roller und vielleicht bei real real ja also ne weiß ich nicht ne harsch nicht niederlein ami kriegt auch ein buff und zwar ist es jetzt so dass ihre e nicht nur attacks basic attacks verbessert sondern auch spells ist ziemlich cool das heißt wenn ihr irgendwo eine asia wall reinballert dann macht die ordentlich mehr damage ja hier wird das ähm mit verbessert allerdings area of effect wird macht reduzierten schaden ja aber ist trotzdem cool und auch für generell da kann man viel mit machen wenn du das auf einen talon machst dann macht er einfach mit seinen nächsten drei spells mehr damage das ist super cool sejuani bei sejuani das ist so ein ding verstehe ich einfach nicht verstehe ich nicht verstehe ich nicht also ja ich verstehe es schon aber verstehe ich nicht ich verstehe es nicht also ich verstehe es schon aber ich verstehe es nicht also das problem bei sejuani ist nämlich diesen buff und nerf den habe ich schon zwölf mal gesehen immer zu den worlds wird sie wieder genervt und nach den worlds wird sie wieder gebufft und dann wird sie immer dieses permafrost dieser permafrost damage ne 40 mehr dem leute 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 ich mein leute ich meine warum 40 macht wie wärs wenn ihr sagt 20 dann müsste sie nicht auch demnächst wieder nerven sagt 20 sagt 25 macht also übertreibt doch nicht gleich dann demnächst in drei patches muss sie wieder genervt werden leute shivana shivana profitiert natürlich von diesen ganzen drei da es gibt overall jetzt super viele drachen ja das ist schon ziemlich cool wobei du als eigenes team nur vier stück haben kannst vorher kannst du bestimmt auch mal fünf haben oder auf jeden fall kann sie jetzt nämlich auch die elder dragons einsammeln das ist ziemlich cool das heißt sie bekommt da mehr seelen und der ehrdrache es geht auch in ihre ultimate nun rein und sie macht mehr damage 0,5 mehr das ist super crank und hat ein höheres monster damage cap das ist super gut zum zum junglen und auch gegen barons und dragons und sowas also das sind super coole buffs also shivana sehe ich da leute shivana super strong wenn ihr einfach die gelbe machete bauen dann noch irgendwie einen frosthommer dabei vielleicht ein sterax und dann ab damit sylis sylis kriegt hier man ich würde meiner meinung nach meiner meinung nach sogar von einem mini rework sprechen jetzt ist die frage wo fängt das rework an wann es ist ein mini rework meiner meinung nach ist ein rework immer dann wenn du ein champion hast der nicht so richtig funktioniert und du einfach alle spells oder entweder einzelne spells richtig krass in das dass sie komplett anders sind oder einfach den kompletten champion nimmst und überall was ändert das ist für mich er wird rework heißt überarbeiten ja also leute wenn das hier kein rework ist dann weiß ich auch nicht mini rework gut er verliert 60 hp boom boom das heißt er ist boom er hat super also was heißt super wenig hp also er verliert auf jeden fall im early game ist er sehr fragil kriegt aber die hp per level mehr oder weniger wieder zurück sogar 20 das ist echt viel holy fuck das heißt er ist im early game sehr weich kriegt aber richtig viel hp dazu holy fuck er hat auch wenig armor bekommt aber armor per level mehr dazu er hat weniger mr bekommt aber mehr mr per level dazu das heißt wenn er über so ein gewisses level drüber hinaus kommt so 13 14 dann hat er von allem deutlich mehr hp sogar viel früher aber was wird gemacht das heißt early game ist er schwach und seine spells werden jetzt angegangen die passive die passive hat jetzt ein besseres ap scaling 5 prozent merken wir uns 5 prozent ist cool hat mehr charges AOE ist weniger kriegt aber während er charges also er kann drei stück davon aufbauen hat er 60 prozent mehr techspeed das heißt er kann da richtig schön sich tornado mäßig drehen bam 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 mit richtig viel techspeed chain slash alter das ist ja wie so eine esel chain slash chain slash wird so vor geändert dass die erste instanz deutlich weniger schaden macht 45 weniger damage und 20 prozent weniger scaling aber die zweite instanz holy fuck 20 prozent mehr scaling das heißt plus minus null aber hier haben wir einfach 80 prozent das ding hat 120 prozent insgesamt und auch der damage wird 145 auf 240 angehoben minus 45er das heißt ne holy shit wir haben ungefähr 100 damage mehr wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin ne stopp hier 100 drauf ne plus 60 damage so sorry 60 mehr damage das ist auf jeden fall ziemlich cool natürlich klar die zweite instanz ist schwieriger zu treffen müssen wir ehrlich sein aber ist auf jeden fall wenn das ding trifft dann knallt es aber richtig heftig muss man sagen holy shit der slow wurde etwas verringert cooldown wurde etwas erhöht und der minion damage dafür auch etwas verringert das heißt wave clear wurde mehr oder weniger angepasst ne weil damage ist ja auch dafür höher kingslayer kingslayer hat auch eine coole änderung bekommen wie ich finde und zwar also was die zahlen angeht das ding hat jetzt erstmal im late game weniger cooldown das ist ganz nett mana wurde extrem krass angehoben das heißt wenn ihr das ding auf 5 habt braucht es 110 mana und selbst auf stufe 1 braucht es 70 mana das finde ich sehr cool weil so kannst du das ding nicht permanent spammen ja du sagst ok ich hab wenig hp ich benutze es einfach hab wenig hp ich benutze es einfach ja dass du dich immer wieder hochhealst das ist ja das große problem an cylus ne der hat 20 prozent leben und er heilt sich immer und immer und immer wieder hoch sind einfach nicht down und deswegen kostet das ding jetzt richtig viel mann und du kannst es nicht immer benutzen der damage von dem ding wurde jetzt auch um 20 prozent also ap pro punkte ne angehoben was super krasses holy shit 85 prozent what the fuck 85 prozent ist richtig krank leute der damage amplifier wurde komplett entfernt das heißt ihr macht nicht mehr damage wenn der gegner unter 40 prozent ist und der hp also der heal amplifier wurde so geändert dass er nur noch 50 prozent verstärkt das bedeutet insgesamt weniger heal der spell der w spell kann man definitiv sagen genervt böllert aber mehr rein ist nicht mehr so die heal kanone aber böllert die e und leute die e die e ist ja sein spring ketten das springen gibt kein shield mehr weg einfach weg es ist weg aber erstmal geht der coole auf 10 runter was super geiles und jetzt guckt euch diese zahlen an von 130 base damage auf 280 das wurde mehr als verdoppelt und da jetzt das abis scaling von 20 prozent auf 100 einfach verfünffacht also wenn du von dem ding getroffen wirst ja das ist wie mortal kombat hier finish him und dann kriegst du die ketten durch den kopf und explodierst also man hat hiermit eine ganz klare richtung gesagt und zwar hey dieser champ ist nicht mehr dieser todes krasse tank den du nicht tot kriegst also gerade im late game wird er das wieder aber im early game kannst du ihn wirklich bestrafen ja er hat kein schild mehr hat weniger stats überall deutlich weniger markiere sense du kannst ihn in der lane wirklich umböllern aber wenn dieser champ ein bisschen ap kauft glitspänen und so zeugs und dich mit dieser kette trifft und dann noch eine q drauf ballert bruder du explodierst du bist einfach weg du fliegst bis zum nordpol und dann noch zum südpol ist eigentlich gar nicht so weit vom nordpol zum südpol oder ist ja eigentlich direkt nebenan oder nicht oder bin ich dumm ach keine ahnung ja kann sein also holy shit bin mir noch nicht ganz sicher aber das wird 100 prozent leute 280 schaden das ist eine ultimate wisst ihr wie guck dir mal 280 ja ich meine klar ist ein level 5 spell aber die asia wall ne die macht auf stufe ja die mache hier guck mal die hat vorher 250 gemacht oh die macht hier 325 das ist echt auf stufe 2 macht die deutlich mehr aber ne das ist eine sogar asiault macht weniger schaden auf stufe 2 ja gut weiter geht's mit varus der gute varus varus hat weniger cooldown auf sein pfeil kriegt allerdings auch weniger cooldown zurück wenn er so stacks detoniert das ist ganz nett zyra kann jetzt die pflanze slowt weniger aber es kann doppelt stacken zweifach das heißt wir so 50 prozent geslowt ist super cool gibt auch so ein bisschen mehr ja so ein bisschen mehr strategie wenn du den gegner fest routest in diese ne und dann da diese vineslayer dran sind in der ultimate das ist sehr sehr geil ja das support item gibt jetzt manarek da haben sich natürlich einige beschwert wobei ich das nicht ganz verstehe weil ähm ja du hast du musst dafür gar kein geld mehr in dieses item rein investieren und kannst direkt alles was du danach kaufst halt in manarek rein böllern aber du hast natürlich beim ersten run auf der lane halt kein manarek aber ne jetzt habt ihr es wieder es gibt jetzt wieder manarek 25 50 das ist super krasser buff das ist quasi geschenkt ja leute das hattet ihr vorher nicht also ich meine ne ihr habt jetzt mehr gold und das manarek das ist krass vorher hattet ihr mehr gold und konntet davon manarek kaufen ja das äh beißt ihr hier komplett durch allerdings shard of true eyes weniger hp weniger hp hp äh und jetzt auch das gleiche ähnlich auf den steel shoulder guard das heißt die gmhp regeneration so durch die ganze bank weg dann haben wir noch tft chain achso hier eyeball collection braucht ihr jetzt nur noch die hälfte an stacks geben dafür das doppelte und ja tft kommt luna dazu das ist nett wenn ihr zwei lunas auf dem feld habt kriegt ihr alle 7 sekunden plus 20% crit plus 20% spellpower das sind karma und leona muss man mal gucken wie das ganze wird ich hoffe es geht euch gut das war's heute ich wünsche euch was auf wiedersehen goodbye und tschüss abone ol abone ol